So, ich möchte euch jetzt mal so ein Haus zeigen, so von nahem und von... Also erstmal hängen hier diese Planen vor, dass kein Wind reinkommt. Das ist so ein isoliertes Dach extra, also mit, die sagen immer Schaum. Hier ist überall schön mit Beton, dass es hier auch trockene Bereiche gibt. So, dann kann man hier sehr schön rein und die Hunde auch rein und raus. Und das ist hier ein extra dicker Staun. So, die sagen dazu, der wäre so ein bisschen isoliert. Und man merkt das auch, hier ist es jetzt nicht ganz so kalt. Und im Sommer ist es frisch. Hier gibt es dann das Futter. Der Truss hat seine Decken alle rausgezehrt, wie die das immer machen. Und hier gibt es immer frisches Wasser. Also sind sehr schön. Ich kann hier bequem stehen. Das ist super für die Hunde, die haben Platz. Und natürlich auch für die Helfer, dass sie hier schön sauber machen können. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und so sind die Häuschen alle. Und so sieht das dann von außen aus. Und hier seht ihr nochmal, wie alles so ist.